tja also hier steht der kleine ventilator und er macht richtig power also ich bin begeistert kommt hier drüber also liegt aber wirklich auch am standort also er muss richtig stehen im falschen punkt hängt er so runter hier hervorragend wird alles für 26 euro müssen wir noch lange noch halten